Muss es gleich eine Designer-Jeans für 2500 Dollar sein? Oder geht es auch vielleicht für ein Zehntel des Preises? Wenn du wissen willst, was nächstes Jahr angesagt sein wird und trendy, dann lese dir unterhalb vom Video den Artikel durch. Dann bekommst du alle Tipps und Tricks an die Hand, was nächstes Jahr an Farb und Style und Schnitt angesagt sein wird. Und währenddessen, wo du den Artikel durchliest, wirst du bestimmt auf die Idee kommen, ach, wenn es diese Jeans, diese Waschung, diese Farbe wieder geben würde, würde ich sie mir sofort bestellen. Ich kenne das Problem. Wie geht es doch genauso? Ich hatte oft genug eine Lieblings-Jeans gehabt, egal ob es am Schnitt lag, an der Farbe, an der Waschung und so weiter und so fort. Und irgendwann waren sie ja abgetragen und ja, sie gibt es dann nicht mehr. Und genau diese Gedanken, nehmt sie und postet sie in die Kommentare, denn wie ihr wisst, wir sind ja selber Designer und produzieren auch Jeans nebenbei manchmal. Und wenn genau eure Tipps uns dazu bewegen, eine Jeans zu designen und sie zu produzieren und es dann euer Tipp war, dass diese Jeans entstehen lassen hat, dann verspreche ich euch, dann bekommt ihr die Jeans kostenlos. Also, in diesem Sinne, viel Spaß mit den Artikeln und vergesst nicht, eure Gedanken, Styles, Tipps und Tricks in die Kommentare zu schreiben und wer weiß, wenn es dein Tipp war, freut euch schon mal auf eine neue Jeans.